Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Corona-Krise an alle appelliert, die verfügten Einschränkungen zu befolgen. Es ist ernst. Corona beherrscht endgültig unser öffentliches Leben. Nur noch Corona. Das Thema Corona ist allgegenwärtig. Angesichts von Hamsterkäufen betonte Merkel, die Versorgung mit Lebensmitteln sei gesichert. Das Corona-Virus verbreitet sich in Deutschland immer schneller. Jeden Tag werden jetzt neue Corona-Fälle in Deutschland. Kindergärten, Schulen und Universitäten wurden geschlossen. Maßnahmen wie zum Beispiel flächendeckende Restaurants. Gründlich und auf die Hände wachen. Das öffentliche Leben eingeschränkt. Stichwort Hamsterkäufe zu Gedränge in den Supermärkten. Artikel wie Desinfektionsmittel und Toilettenpapiere. Künftig gilt ein äußerst striktes Kontaktverhalten. Zu Hause bleiben und Abstand halten. Mindestens eineinhalb Meter Abstand zum nächsten. Sie kaufen einen Sicherheitsabstand. Oder in Russen und warnen eine Maske oder ein ähnlicher Schutz getragen werden. Deutschland im Ausnahmezustand. Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe. Die Zahl der Infizierten steigt aber weiter. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt. im